Da ist er. Ja du auch noch. Zu dritt. Hm. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier einbauen können. Einerseits ist es hier groß, andererseits recht verschlungen und verzweigt. Und tief. Und hoch. Wo geht es denn da hin? Da ist doch Tageslicht. Aha. Naja, oder eher Morgen- oder Abenddämmerung. Da ist ja wieder ein Enderman. Ich habe ihn gesehen. So. Und ich merke das schon. Das ist alles nur dafür da, dass ich mich hier ja verlaufe. Das ist Mop-Taktik. Böse, böse Mop-Taktik. Eigentlich wollte ich jetzt keine Höhlenturm machen. Ich wollte eigentlich bauen, aber... Wenn sie es gerade anbietet... Und das tut es in Minecraft ja eigentlich immer. ... 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 Jetzt mal wieder zurück. Das war uns nicht wirklich noch zu sehr verlaufen hier. Da ist auch noch ganz viel Kohle. Aber ich glaube Eisen will ich jetzt eher haben. Oh gottes Creeper! Kein Creeper! Zwei davon! Boah, ich bin der Creeperkönig. Ich weiß genau, wenn ich da unten zum Creeper gehe, kommt da oben einer runtergehüpft. Das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. So sind sie, die Bösen. So sind sie. Das ist pure Taktik von denen. Deswegen gucken wir erst hier. Und stellen fest, dass da unten Lava ist. So. Creeperfreund. Wie kriegen wir dich jetzt bestenfalls? Ach, der planscht im Wasser. So. Uh, Creeperlein. Hier sind wir. Ja, wir sind gar nicht doof. Wir bauen uns hier eine Mauer über, die du nicht springen kannst. Wir tun nur so, als wären wir doof wären. Der plancht hier im Wasser tatsächlich. Der hat gern nasse Füße. So, da oben ist Licht. Ist das unser Licht? Das ist, glaube ich, hier das, wo es ganz nach oben ging, ne? Ja. Der Schacht. So. Dann können wir hier getrost die Kohle mitnehmen. Und wisst ihr, was der Vorteil daran ist, dass wir jetzt hier rummeiern? Wir sammeln so ganz nebenbei noch ordentlich Cobblestone für den Neta. Den wir sowieso sammeln dadurch, dass wir, äh, die Treppe bauen, etc. Und noch generell weiter ausholen werden. Ach, Mensch. Warum muss das mal so tief vergraben sein hier? Joa, das war mir fast klar. Boah, jetzt sag nicht, da unten ist Holz. Nein. Nein. Nein, nicht schon wieder. Ihr seht's doch auch. Ihr wisst, was da ist. Och, Mensch. Nee, jetzt nicht. Uh, war da was? Nee. Okay. Aber die könnte dann tatsächlich noch an unserer schon vorhandenen angeschlossen sein. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Das wäre dann vielleicht auch noch interessant. Ups, auch noch interessant, dass wenn wir hier unseren Weg zur Mobfalle und so, Mobfalle machen und so, dass wir dann auch von da quasi in die Mine könnten. Das ist noch eine interessante Option, die uns dann offen stemmt. So, wo haben wir alles? So, jetzt müssen wir hier natürlich auch wieder rauskommen. Müssen wir uns eben hochbauen hier. So. Jetzt will ich aber langsam gucken, wo wir angefangen haben zu bauen, dass wir da wieder zurückfinden. Da ist unser Zuhause. Ah, nee, da sind wir um die Ecke gegangen. Da oben müssen wir irgendwie hängen. Was haben wir hier runtergehüpft? Ach, es scheint mir was Gleines. Wie sind wir denn jetzt runtergekommen? Das lassen wir mal überlegen. Hier. Da hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Nein, bleib da, 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 bleib da. Boah, was ist denn heute los hier? Sache mal. Was ist denn mit mir heute los? Ich hab wohl gut gefrühstückt, hä? Ich hab wohl gut gefrühstückt. Ja, man merkt, die sind nicht doof. Die wissen genau, wie sie hochkommen. Ja. Der ist jetzt ganz geschickt hier rumgelaufen. So. Hier aufmachen, da fällt's runter, ne? Hm. Obwohl, da unten ist ja auch Eisen. Was soll ich da jetzt runter? Ach, Mensch. Da unten lauert doch der Tod auf mich. Ich weiß es. Da lauert doch der Tod. Und Eisen. Aber auch der Tod. Und. Ich weiß es nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Das Eisen haben wir eingepackt. Der Tod scheint mich zu verschonen. Bis jetzt. Frieden, dem ich nicht traue. Vor allem, dass ich so viele Krieger erledigt habe. Das ist ja... Das kann doch nicht ich sein, der hier spielt. Ich muss jetzt wirklich langsam zurückfinden. Ich habe keine Fackeln mehr. Wo geht's da hin? So. Ich war hier hinunter. Dann muss ich mich hier auch wieder hinstellen. So, hier war wieder hoch. Genau. Dann hier. Dann müssen wir uns hier mal ein bisschen freikloppen. Dann hier. Und da ist unsere Treppe. Gut. So. Und da ist noch Eisen. Oh, ganz viel sogar. Das ist ja richtig reichhaltig. Das fahre ich jetzt mal so. Autsch. So. Und die zwei noch. So. Hoffentlich fallen sie mir direkt in die Arme. Ich habe keinen Bock, uns noch mal umzulaufen. Na. Na toll. Na toll. Aber in die Richtung laufen wir ja eh fast. Die Richtung laufen wir ja eh fast, wenn wir jetzt hier die Treppe weiterbauen. Lass mal überlegen. So. Sekunde eben. Es hat bei mir geklopft. So. Weiter geht's. Also. Es war jetzt auch wagehaltig, äh, wagemutig von mir. Fällt mir gerade mal so auf. Einfach hier, äh, in der Höhle stehen zu bleiben. Das ist ja schon fast Selbstmord. So. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Treppen machen. Ähm. So. Gut. Jetzt haben wir erstmal ein paar. Och, dreimal Gunpowder. Bisschen mit uns los. Ah, das Eisen können wir schon mal einschmelzen. Das ist ja schon fast ein Snack. Nehmen wir erstmal einen halben mit. Dann, äh, so. Dann müssen wir uns auch noch Fackeln machen. Weil die haben wir ja auch fast alle verbraucht. So. Und wieder runter. So. Und so. Und dann müssen wir eigentlich hier schon wieder um die Ecke. Damit wir nicht so einen großen Auslauf haben. Machen wir das mal so. Wie habe ich es hier oben gehabt? Ja, auch mit der letzten Stufe. So, mit der letzten Stufe. Und dann...